Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Das hier ist glaube ich Folge 64 und ist ja genau so spannend wie vorher. Warte einen kleinen Moment. Bisschen sehr laut. So, besser. Ja, genau so spannend wie vorher. Momentan, nur ein bisschen am sortieren. Aber was getan werden muss, muss getan werden. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das bestens überstehen werden. Gemeinsam. Teilweise als YouTuber ist Musik. Wirilen herr So, wir wollten aber eben schnell das Dach hier anpinseln. Und wir können uns... ne, können wir nicht. Ich dachte wir können jetzt noch eben schnell hier... Ich glaube der Stein wird sowieso nicht reichen. Aber mit Musik macht die Arbeit schon viel mehr Spaß, das muss ich schon mal zugeben. Der Stein wird niemals reichen. Ich schätze das immer sehr leicht. So, dann hätten wir das hier schon mal überdacht. Das ist alles was ich wollte. Hauptsache wir haben es trocken und die Tiere dürfen draußen in der Kälte im Regen stehen. Oh, hier kommt die Hühnchen, die kann ich füttern. Ich nehme die Eier auch noch mal kurz mit. So. Boah. Bum, 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 bum. Haben wir hier irgendwo ein Wolf rumspringt? Er hat jetzt hier hinten einen. Ja, da ist er. Da machen wir uns jetzt mal eben schnell Hunde. aber wenn wir schon tiere sammeln dann wollen wir auch natürlich hunde haben direkt freundlich geworden direkt freundlich geworden ja wirst du auch direkt freundlich? ne der natürlich nicht der braucht ne extra wurscht so da ist noch einer weil für ne trophäe brauchen wir fünf hunde das kriegen wir hin so noch mal vier noch mal fünf ach komm weil es so schön war da ist die trophäe noch mal ein da haben wir sechs stück hier wolf a wolf b wolf c wolf t diese namen sind langweilig überlegen uns genommen für alle wie wäre es mit hundi ok von juni so und jetzt gespielt meine hunde ja guck dir immer die süßen jahre an ich fühl mich leicht beobachtet ist auch gar nicht unheimlich ist überhaupt nicht unheimlich die klangen gerade wie so ein taubenschwarm der gerade wegkriegt so mein süßen kommt mal mit das tolle ist das tolle ist tolle kann man hier echt überall hinsetzen 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 Dorthin. Du setzt dich jetzt dorthin. Ships, Ships, Ships. Ships. Oh, dann kommt man an den Hoodies. Dann würde ich ganz gerne. Dann würde ich ganz gerne... ...eine Hoodie. Genau, und du bleibst die Dünne. Die letzte und... Das ist auch ein bisschen laut, oder? Soll ich mir jetzt mal die letzte Video oben hin? Kommst du mal hier hoch? Kommst du mal hier hoch? Die erste mir jetzt hier obsölft. Die erste mir jetzt hier obsölft. Hä? Ach, die hast du unter. Die erste. Die erste. Die erste. Die ich würde eigentlich eigentlich ganz gerne... ...dort haben. Genau. Ich bin zufrieden. So, ich bin zufrieden. Sind wir heute ohne Trainer geworden. Ist auch nicht schlecht. Auch heute. Lalalala. Möhrchen haben wir keine dabei. Weizen haben wir keins dabei. Die Sandeln habe ich jetzt hier. Rote Bedaille da auch keine. Bündchen haben wir. Dann packen wir das nochmal auch mit rein. Rote Bedaille. Rote Bedaille. Rote Bedaille. Wir haben noch die Eier. Pfeil. Spinneuelt. Schinken-Sack. Kann ich Schießpulver eigentlich auch mit rein. Weißte Wolle, Händepel kann da auch mit rein, und es gewittert. Da haben wir relativ eine Waffe mit rein, ich wollte eh kein Schwein. So. Da würde ich sagen, um die Truhe für den Bombus. Das machen wir jetzt mal hier, damit es mal ein bisschen interessanter wird. Machen wir jetzt mal Feuerzeug. Machen wir jetzt ein bisschen Eisen. Hier. Da gibt es hier einmal ein Dosting. Und Küsse könnten uns auch machen. Haben sie recht, haben sie recht, haben sie recht. Oh. Wir sehen, dass da nichts angefangen hat zu brennen. Eisenbahn weg. Ja, das war das Richtige. Jetzt würde ich sagen, wo wir soweit sind. Ah, haben wir was Wichtiges dabei. Haben wir was Wichtiges dabei? Eigentlich nicht. Gut. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt mal ein paar Sachen in die Luft. Yay. Äh. 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 Jetzt komm her du. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Jetzt komm her. Nichts passiert. Alles in Ordnung. Niemandem fehlt was. Wir hatten Gefahr, wo es irgendwo eine Hülle gab. Wir hatten Gefahr, wo es irgendwo eine Hülle gab. auch nicht und die müssen sich in kurzschreiben Da ist jemand auch gewesen. So. Nein, die suchen wir mal den Höhneingang. Ja, ja. Man muss doch hier irgendwo gewesen sein. Oh. Oh, schon mal eine Gucke. Don't mind it, Knight. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist so früh wie so kurze kleine Abbrüder. Und hier ist alles dunkel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Das wird witzig. Das wird witzig. So, das wird witzig. Hier wird sein Platz sieht doch gut aus, dort können wir sie lassen. Ich habe mir viel interessiert, wie das mal aussieht. Das wird zwar nicht ewig bleiben, aber zumindest habe ich für eine kurze Zeit Licht. Man, dieses Donutro ist einfach zu gut. Man, den ganzen Tag hat sich kackt da. Und jetzt kommt so ein bisschen frische Luft. Nein! Man, sind wir schnell unterwegs. Jetzt sind wir die Frage, wo wir jetzt noch draußen sind. So, von da wo wir herkommen sind, kommen wir wieder raus. So, dann wir folgen einfach. Ah! So, ich hoffe, euch hat die kleine Demonstration des TNTs gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Like und Conny da, da Quero, da, 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 da. Wenn ihr trotzdem neue Videos sehen wollt, dann lasst es natürlich schonen... Ja, es wird immer positiv aufgefasst. Wenn man ein Dislike wird immer positiv aufgefasst, dann weiß ich... Ich bin ein normaler Mensch. Ich mache Fehler. Und es gefällt nicht jedem. Ja. Wir überlegen uns ins Karten. Und damit beenden wir noch die Folge. So wie die letzten beiden. Also dann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis morgen. Tschüss.